Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Bitcoin bei 42.700 US-Dollar. Unser Pivot hat weiterhin gehalten und wir befinden uns weiterhin in unserem Triangle, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Wir haben ein leichtes Fake-Out hier nach oben hingesehen. Ich habe gestern noch ein paar Updates gegeben, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Ich bin noch nicht short gegangen, ist aber weiterhin der vorläufige Plan. Das werden wir uns jetzt alles heute im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir hier durchstarten, lasst das Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Schon wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn ihr das Ganze auch traden wollt, kann ich euch auch nur meinen Partner BingX empfehlen und euch natürlich auch hier die Telegram-Gruppe immer gerne ans Herz legen. Da kriegt ihr auch die aktuellsten Infos, auch wenn irgendwelche Aktionen sind, wie am Wochenende war wieder Poker-Event und sowas. Also kommt auch gerne hier in die Telegram-Gruppe von BingX rein und ansonsten den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse, also Bitcoin bei 42.700 US-Dollar und wir haben ja gestern darüber gesprochen, dass die Möglichkeit bestünde, dass wir einerseits natürlich hier noch ein bisschen konsolidieren oder dann eben hier an den Pivot ankommen. So, wir sind, Möglichkeit 1 war, wir gehen nur bis zu dem Pivot, werden dann abverkauft, haben wir hier gesehen, aber unser Abtrend hier in unserem Symmetrical Triangle hat weiterhin noch gehalten. Ihr wisst, ich bin kein Fan, ich zeichne das trotzdem gerne ein, einfach mal um zu gucken, ob die Linien hier zählen und sie werden sehr, sehr gut respektiert, bis auf dieses Fake-Out, bis zum Pivot. Da habe ich ja gestern, jetzt muss ich nochmal die Telegram-Gruppe aufmachen, habe ich es dann hier nochmal dazu geschrieben, sollten wir in einem 4-Stunden-Closter drunter kriegen, wäre das Ganze bearish. Jetzt gehen wir mal auf den 4-Stunden-Timeframe, da sehen wir auch, okay, in der 4-Stunden-Candle haben wir unser Fake-Out nach oben hinbekommen, hatten dann aber schon einen sehr, sehr starken Abverkauf in Richtung 42.500 US-Dollar. Das habe ich mir eigentlich nicht so vorgestellt. Also ich habe gehofft, okay, wir schließen hier drunter mit einer 4-Stunden-Candle und dann mit der darauffolgenden 1-Stunden-Candle, dann werden wir abverkauft und das wäre für mich das Short-Sechen gewesen. Jetzt noch irgendwie hier Short reinzugehen, ist mir jetzt momentan ein bisschen zu riskant, auch weil hier dieser Support gehalten hat. Das heißt, der Plan für den heutigen Montag ist eigentlich der gleiche wie gestern, bis auf, dass ich weiterhin eher nicht davon ausgehe, dass wir hier noch Richtung 45.000 hingehen. Das wäre gestern das Bullish-Case gewesen, wenn wir uns hier über diesen Pivot halten. Jetzt ist heute oder für den heutigen Tag haben wir hier eine neue Supply-Zone gebildet. Sollten wir hier, gleiches Szenario, hier abgelehnt werden, am Pivot in die Supply-Zone reinkommen, dann ist das auf jeden Fall das Short-Signal für uns, dass wir uns hier einen Short-Entry machen und dann, denke ich mal, folgt ein Abverkauf in Richtung 40.700 bis ungefähr 40.000 US-Dollar. Also ihr seht, es hat sich seit gestern nichts geändert. Sollte, wieder erwartend, wir kriegen heute auch keine wirklichen signifikanten News rein, also das heißt, es könnte wieder ein relativ ruhiger Tag werden. Das Einzige, was wir uns ein bisschen noch einen Schritt durch die Rechnung machen könnten, sind die ganzen Stockmärkte, aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Sollten wir, wie gesagt, hier wieder drüber kommen und dann wirklich einen schönen 4-Stunden-Close drüber kriegen, dann, wie gesagt, Richtung 45.000 US-Dollar und dann ist hier oben auf jeden Fall der Short-Entry geplant. Ich gehe maximal, also das ist wirklich Maximum momentan für mich, dass wir hier die 45.000 US-Dollar sehen, weil ich einfach übergeordnet, und da gehen wir jetzt nochmal in den Tageschart einfach, weil ich übergeordnet einfach davon ausgehe, dass wir hier mindestens nochmal die 35.000 US-Dollar sehen, das heißt, diesen grünen Bereich hier, den wir ja schon öfters angesprochen haben, einerseits natürlich auch schön mit Pivot hier hinterlegt, was auch sehr, sehr gut passen würde und natürlich liegt hier unten dann auch, wenn wir uns mal das Fit-Level komplett mal runterziehen, sehen wir auch, okay, zwischen 28.000 und 27.000 US-Dollar liegt unser übergeordnetes Golden Pocket von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Es wäre so der letzte Shakeout für alle, um möglicherweise nochmal einkaufen zu können, um dann final in den Bullrun möglicherweise für ein Jahr dann zu starten. Also daran hat sich übergeordnet, überhaupt nichts geändert. Ich bleibe dabei, dass wir nochmal eine Korrektur sehen. 35.000 bzw. 33.000 bis 35.000 ist momentan sogar meiner Meinung nach ein bisschen wahrscheinlicher, hat aber auch nur wegen dieser Abtrendlinie zu tun. Natürlich, wir haben nach oben hin das Golden Pocket getestet, dann wäre es jetzt zweifelsfrei auch nicht schlecht, wenn wir nach unten hin nochmal das Golden Pocket treffen. Ist aber völlig egal, das sind zwei wichtige Spot-Kaufzonen für alle, die nochmal Bitcoin kaufen wollen. 35.000 bis 33.000, ansonsten 28.000 bis 27.000 US-Dollar. Wollte ich nur nochmal Bescheid sagen, weil ich glaube, irgendjemand hat in der Gruppe in die Kommentarspalte nochmal reingeschrieben, ja, ob ich jetzt primär immer noch davon ausgehe, dass wir eine Korrektur sehen. Ja, daran hat sich nichts geändert und sollte sich daran etwas ändern, werde ich auf jeden Fall Bescheid geben. Wir gucken uns jetzt weiterhin die kurzfristigen Timeframes an. Auch die, wie gesagt, sprechen weiterhin dafür, dass wir nochmal einen Abverkauf sehen. Wir können uns hier nochmal einfach der Vollständigkeit halber nochmal das technische Preisziel für ein Bearish-Breakout ausdenken und es würde hier auch perfekt eben hier mit der Ineffizienz passen und mit unserer Vector-Candle, die hier unten auch noch liegt. Also das heißt, es sind zwei interessante Zonen, die wir hier mit einem Chart-Pattern erreichen könnten, entweder die 45k oder die 40k. Beides interessante Level. Liegt meiner Meinung nach trotzdem hier extrem dran, wie eben dieser Pivot hier oben noch reagiert. Sollten wir hier, wie gesagt, einen 4-Stunden-Close nochmal drüber kriegen, dann ganz stark davon ausgehen, kriegen wir jedoch einen 4-Stunden-Close da drunter und dann wirklich knapp auf knapp einen Close drunter, werde ich hier auf jeden Fall ein Short gehen. Ansonsten, zweites Short-Signal ist hier oben bei knapp 45.000 US-Dollar beziehungsweise, wenn wir hier nochmal in den 1-Stunden-Timeframe reingehen, zwischen 45.000 und 45.400, das sind dann so die nächsten Short-Entries. Long-Take-Profit habe ich gestern auch schon dazu gesagt, 44.800 US-Dollar für alle, die noch einen Long-Take-Profit brauchen, der ist dann hier oben auf jeden Fall geplant. Also, hoffen wir mal, dass heute mal dieser Short-Entry kommt. Bei Ethereum muss ich sagen, ich glaube nicht mehr, dass wir noch unseren Short-Entry kriegen. Also, nur wenn Bitcoin Richtung 45.000 US-Dollar geht, dann glaube ich ehrlich gesagt daran, dass wir hier nochmal hochgehen. Ansonsten ist das Thema hier wahrscheinlich bei Ethereum erst einmal durch. Wir haben hier weiterhin unseren Up-Trend, der zumindest einigermaßen Up-Trend-mäßig aussieht, mit einer Art Symmetrical Triangle, aber da würde ich, nicht Symmetrical Ascending Triangle, würde ich aber momentan einfach ein bisschen Abstand von halten, weil gefällt mir die Chartstruktur weiterhin überhaupt nicht. So, gehen wir mal ganz kurz zu den Stockmärkten und Forexmärkten. Also, gestern keinerlei Bewegung, das heißt, wir ziehen das weiterhin rüber. Ich möchte hier noch ein höheres Hoch sehen. Nasdaq, gleiches Spiel, nur hier sind, irgendwie fehlt mir da die Zeichnung, hier fehlt mir noch ein bisschen was, um Short-Positionen möglicherweise einzugehen. Mal gucken, wie weit wir hier hochkommen, ob wir nur dieses Hoch hier abgreifen bei 17.700 Punkten oder sogar noch hier 17.800, um dann eine Zwischenkorrektur zu gehen und dann nach oben. Versteht mich bitte auch bei den Stockmärkten nicht falsch. Ich gehe hier nicht von einem riesen Crash aus. Ich gehe hier einfach nur davon aus, dass wir eine kurze Korrektur kriegen, um dann mit neuer Long Liquidität hier den Markt weiter nach oben hin zu pumpen. Also, ich bin momentan überhaupt noch nicht bearish übergeordnet, was diese ganzen Märkte anbelangt. So, dann ganz, ganz wichtig noch, Gold. Nächsten Take-Profit gestern abgeholt. Wir sind hier auf 2014 US-Dollar runtergekommen. Das heißt, Short-Positionen jetzt hier. Nächster Take-Profit gehittet. Ich gehe aber, wie gesagt, zwecks Long-Positionen hier auch nochmal davon aus, dass wir hier immer noch zwischen 1.997 bis 1.986 US-Dollar nochmal runterfallen. Da wird dann die Long-Position noch einmal verdoppelt. So, und dann noch letzte, was vielleicht noch ganz wichtig ist für viele Forex-Leute. Hier, Position perfekt abgeholt da unten. Also, einerseits hier den Pivot wieder abgeholt plus unsere grüne Box. Also, hier erst einmal das vorläufige Ziel erreicht, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer gehen könnten. Beziehungsweise so einen kleinen doppelten Boden halte ich sogar nochmal für wahrscheinlich. Hat einfach den Aspekt, wir würden da eine Bullish Divergence bilden und dann könnte ich hier erstmal eine Erholung einsetzen. Das ist auf jeden Fall der Plan für heute. Für alle, die noch Long interessiert sind, bin hier schon drin, jetzt mittlerweile in der Position. Aber für alle, die hier nochmal, oder denen es jetzt ein bisschen zu spät ist, dann würde ich hier einfach nochmal warten auf das Tief, beziehungsweise hier auf dem doppelten Boden, vielleicht zwischen 1.073 und 1.07. Das wären so die nächsten Long-Möglichkeiten für Euro gegenüber dem US-Dollar Long. Und ansonsten würde ich sagen, eventuell dann hören wir uns später nochmal. Und ja, hoffen wir mal, dass unsere Short-Position heute endlich abgeholt wird. Gestern, wie gesagt, vier Stunden Kandel, war einfach zu beschissen. Das hat sich einfach, hat einfach nicht in den Plan gepasst. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns eventuell später nochmal. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch gerne einen Kommentar unten drin lassen. Das ist was von mir. Wir hören uns später vielleicht wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.